Naja, yay. Haben wir gleich keine Munition mehr. Was hätten wir denn noch? Mal einen Beideschutz zu teilen, wobei ich nicht glaube, dass ich diese Waffe tatsächlich nochmal irgendwie großartig machen. Levin, wenn ich jetzt mal diese Waffe hier noch ein bisschen ausprobieren. Kann mir die auch nicht sonderlich nützlich beim Boss vorstellen, aber das ist nicht meine Aufgabe. Alter, wie krass. Ich weiß, man darf auch mal beeindruckt sein. Okay, interessant erstmal. Walkürenzitadelle. Ah, dieser wundervolle Walkürenplanet. Ach, jetzt muss ich hier nachdenken. Eins ist nämlich zu. Ja, quasi Rätsel. Nein, wer hat das denn gemacht? Ach, das passiert automatisch. Gemein. Ah, okay. Der muss lang sein. Und der auch. Hast du richtig gesehen? Alle drei lang. Ist korrekt. Was? Ist es nicht? Hä? Ach, die haben echt unterschiedliche Stufen. Jetzt sehe ich es erst. Der erste passt. Der zweite passt. Alles klar. Das heißt, den... Hä, aber es gibt irgendwie nur... ...die sollen das doch nicht kurz darstellen. Die sollen das doch nicht kurz darstellen. The fuck? Alle drei lang, oder nicht? Hä? Also, wie verarschen? Es gibt kein Halb. Es gibt nur Vor und Zurück. Hä? Bin ich total bescheuert? Ach, den muss ich auf allen Dingern absenken? Naja, wie soll das gehen, wenn wir aber... ...nur drei Sachen haben zum Runterlassen? Ach, eins muss zu... Ach. Okay, jetzt was geht's. Und das eine muss zurück. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Wir sind jetzt drückt. Eins muss zurück, logischerweise, damit es sich senken kann. Das ist mir gerade irgendwie nicht so klar geworden. Alles klar. Ach, jetzt kommt die letzte, der Walküren. Wenn das nicht unsere Lieblings-Slombaxe sind, wollt ihr euren Freund retten? Wir suchen keinen Streit mit dir, Cassiopeia. Übergib uns, Clank, dann lassen wir dich in Ruhe. Ha, 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 ha. Mich in Ruhe lassen? Ha, ha, ha. Ihr habt Carina und Libra auf dem Gewissen. Wir haben vom Mütter, was wir wollten. Jetzt ist seine Zeit gekommen. Walküren, vernichtet die Lombaxe. Sie wird Clank umbringen. Ich hänge mich an sie dran. General, warten Sie. Die Lombaxe haben sich aufgeteilt. Rotes Team, übernimmt den Arbellen. Wir übernehmen den Kleinen. Verstanden. Rotes Team, Angriff. Okay, dann bin ich nicht zurück, tatsächlich. Ist das jetzt hier schon ein Kampf? Oder wie läuft der Hase hier? Joa, gefühlt werden die Kugeln auch immer größer. Das sieht einfach nur so aus. Man ist da, ich mal Level 5 erreicht. Das war ja noch ewig. Der Zirk kann ich schon so einer. Die Kugel macht wirklich nur Schaden, wenn sie genau durchgeht. So, soll es doch mehr? Ich habe davon keine Munition mehr, tatsächlich. Aha, was ist da denn aufgegangen? Alter. Ich finde es sehr geil, dass wir mit dieser neuen Technik, die wir hier haben, wir die sogar stunnen tatsächlich. Dann, deswegen könnte unter Umstrengen, die Waffen sogar nochmal an Interesse quasi gewinnen. Oh, keine Munition mehr. Das erklärt einiges. Oh, yeah, Stufe 3. Na, immerhin. Oh, ja, ich sehe euch auch. Und mir gefällt das nicht, weil wir gleich keine Munition mehr haben. Äh, keine Leben sehe ich auch gerade. Und hier nichts mehr an Leben? Nein? Doch, und zwar sehr wohl. So, ist mir wer gefolgt? Nein? Oh, scheiße. Wow, okay, gerade noch so gerafft. Ja, toll, jetzt habe ich überhaupt gar kein Leben. Okay, Trainingsparcours. Ist sie jetzt ein Boss oder nicht? Oh. Okay, muss einfach nur die Dinger kaputt machen, wenn ich das nicht verstanden habe. Ach, komm. Und was war daran jetzt so schwer? Wow, das war echt eine heftige Folterkammer, ey. Mein Respekt. Mein Respekt. Das war echt übel. So, Level 3 bitte hier auf. Natürlich. Und ab dafür. Nein, Leben. Okay, jetzt kommt Nervengas. Yay. Ich glaube, das muss jetzt schnell gehen, wa? Hallo, Kamera? Okay, und Büroaffäre. Komm, nein. Komm, sieh an. Puh, was ist das hier eigentlich? Ist es vorbei? Das frage ich eigentlich, ist ja blöd. So, boom, 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 vorbei. Easy. Nervengas kann mich auch nicht aufhalten. Welche Kreatur? Dafür wirst du bezahlen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch was. Alter, ist ja noch ewig lang. Ich habe drei Gebäude abgesucht. Keine Spur von Clack. Sie haben ihn bestimmt in Cassio Fires Quartier verbracht. Ich verfolge sie gerade. Halten Sie die anderen auf. Oh. Ich hätte wissen müssen, dass der Notruf nur ein Trick erweckert war. Wow, das war super krass. Na, endlich die Kreisklingen auf Stufe 3. Da muss ich mir auch mal mehr Schaden machen, ne? Wird ja auch quasi Zeit. Also immer schön weiter nutzen. Ja, der kleine Lombax. Der wird euch alle töten. Oh. Ah ja, guck mal. Ich bleibe jetzt ein bisschen bei den Kreislingen, ne? Die sollen auf jeden Fall noch weiter leveln. Ah, was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Na, sieh mal eine an. Konstruktowaffe für... den... auch für die Megapistole. Wucht, Flammen. Ne, ich glaube, das mit der Wucht ist schon... ist ganz gut so. Das mit der Wucht wird auf jeden Fall schon richtig... kann nicht sein. So, noch ein bisschen Spirat. Ah, hier ist ein Zoni. Hui, ist einfach so ein Zoni. Stimmt, vorhin sind wir auch schon noch an einem Zoni vorbei, ne? Ich erinnere mich so. Hier, Level 3. Klasse. Dann will auf jeden Fall noch Level 3 werden. Ja, nice. Ja, nice. Ah, da haben wir's auch. Level 3. Ah, ich sag ja mal, wir sind jetzt so langsam sehr weit. Und werden dementsprechend auch... uns darum ein bisschen kümmern können, dürfen. Dass alles hier auf den höchsten Levelgrad steigt. Alles klar. So, bist du hier? Jetzt aber, Bosskampf. Nein, wieder nicht. Verdammt. Hallo, Ratchet. Ich sehe. Ja, schon klar. Zeit für eine neue Todesfalle. Entity. Ja, die ganzen Bots muss ich jetzt da hinwerfen. Komm, bleib mal hier. Bleib mal hier. Ja, das ist eine interessante Falle, aber... Auch das wird mich nicht aufhalten. So, einer noch. Und läuft da. Und wohin muss er? Da, da, da. Da.